Hallo Löschenleute, heute geht es mit Pierre und seiner Frau zum Humpro. Im Humpro gibt es praktisch alles für Haus, Garten und Eigentumswohnungen oder Wohnungen. Vom Möbelstück angefangen über Elektrogeräte und Handwerkzeug. Humpro ist ein Riesenladen in fast allen großen Städten vertreten und bereits im Außenbereich werden Betten angeboten. Matratzen und eine kleine Auswahl an Fliesen. Im Inneren gibt es natürlich wesentlich mehr Anbaumaterialien. Sehe euch mal an wie groß das Gelände ist. Im Inneren werde ich allerdings ohne Ton aufnehmen, einfach mit Untertiteln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020